Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zum, ich sag jetzt mal, Umzugsreport und erste Übersicht über das neue Becken. Was alles passiert ist, wie ich es gemacht habe, wann ich es gemacht habe, etc. pp. sehen wir gleich. Ja Leute, ihr seht, das Becken steht, eine Woche nachdem es jetzt losgegangen ist, ist es jetzt her ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern fast spitz auf Knopf, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke. Wir haben gleich 10 Uhr, letzte Woche, vor sieben Tagen um diese Zeit, stand ich hier auf heißen Kohlen. Begonnen hat das Ganze aber einen Tag vorher. Ich bin nach New Wave gefahren, das blende ich euch mal eben kurz mit ein und habe dort das Becken abgeholt. Ich bin da mit einem geschlossenen Anhänger hingefahren, jede Menge Polstermaterial und wir haben das Becken dann anschließend so verpackt, wie es hier zu sehen ist. Das sind alles Bilder jetzt von Insta, von daher entschuldige ich die Bildqualität. Ich habe tatsächlich recht wenig Aufnahmen gemacht und ja, alles in allem war auch ziemlich viel zu tun. Ich habe einiges um die Ohren gehabt und von daher relativ wenig an euch gedacht. Aber Fakt ist, es hat sich im Endeffekt tatsächlich gelohnt, was ich hier gemacht habe, wie ihr seht. Ich bin äußerst glücklich mit alledem, was hier steht. Und ja, im Endeffekt ging es dann am Samstag um 10 Uhr los und wie ich da zu dem Zeitpunkt drauf war, wie ich aussah, das zeige ich euch jetzt. Ja Leute, der Tag der Tage ist gekommen, der Umzug startet gleich. Es ist soweit alles vorbereitet, meines Wissens nach. Ansonsten, ja, jetzt ist es zu spät, gleich geht es los. Die Hilfsmannschaft kommt, schaut es euch nochmal an. So schaut es aus, vor dem Umzug. Und alles andere, ja, im Laufe des Tages immer wieder auch wieder Videoaufnahmen und Infos über Insta. In diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. So, Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Hier kommt gleich das Übergangsbecken hin. Insta ist auch mehr oder weniger online. Und hier haben wir noch die Auffangbehälter zusätzlich. Alles Platz gemacht. Hier draußen, das Chaos ist auch perfekt. Ja, Becken steht da und wartet. Geht gleich los. Ja, nachdem wir das Ganze dann, ich das Ganze vorbereitet habe und eigentlich noch auf meine Hilfsmannschaft gewartet habe, wurde der Puls dann natürlich extrem. Und es fehlte halt noch das Übergangsbecken, was noch draußen stand. Das haben wir dann hier hingestellt. Tatsächlich, der Tisch, der ist in die Ecke gegangen. Wir haben hier Platz gemacht ohne Ende, damit wir vernünftig arbeiten können. Hier ist das Übergangsbecken hingekommen. Da habe ich das Wasser reinlaufen lassen. Und sobald das Wasser dann lief, sind wir dann hingegangen und haben dann tatsächlich angefangen, den Schrank zu stripen, sage ich jetzt mal. Hier und da schon Korallen hinzustellen, beziehungsweise rauszunehmen aus dem alten Becken, in das Übergangsbecken rein, sobald es ging. Und haben dann so nach und nach tatsächlich alles abgebaut. Und ja, hier sah es dann mehr oder weniger dann relativ schlimm aus. Und wir haben dann, nachdem wir, ja, wir waren eigentlich relativ zügig fertig, muss ich sagen. Also wir sind, glaube ich, um kurz vor elf dann tatsächlich erst gestartet, weil man natürlich vorgequatscht hat und, und, und. Wie machen wir es am besten? Die Vorbereitung, noch das Becken rein, etc. Und gegen 13 bis 14 Uhr sollte dann der Chris kommen, um sich das andere Becken abzuholen. Wir waren tatsächlich um zwölf Uhr, also knapp eine Stunde hat es gedauert, das Becken leer zu machen, auseinanderzureißen, die Elektrik rauszuholen. Und dann konnten wir es bewegen. Muss ich direkt dazu sagen, bei dem Reefer ist es ja so, dass er überall so kleine Füßchen hat. Und diese Füßchen, das ist, ich sage mal, kontraproduktiv zum Schieben. Da muss man also wirklich vorsichtig mit sein. Ich glaube, ein oder zwei hatten wir auch, die nochmal neu reingesetzt werden, neu verklebt werden mussten. Aber, ja, im Endeffekt haben wir es dann geschafft, tatsächlich das Becken, Moment, wo habe ich es da, quer hinzustellen und haben dann gesagt, okay, komm, lass uns das rüberschieben, damit wir das andere schon mal hinstellen können. Weil das andere Becken, da haben wir ja das Problem, ihr seht es selber hier unten, blende ich auch nochmal kurz ein, das steht komplett mit dem Profil auf dem Boden, beziehungsweise teilweise auf dem Boden. Ich habe ein Gefälle, was ich weiß, das nach hinten links abfällt. Und von daher musste man dann natürlich die entsprechende Höhe finden, den Schrank ausrichten, was zum Drunterlegen organisieren, was auch vernünftig ist. In dem Fall sind wir hingegangen, seht ihr auch auf dem Bild, das sind diese blauen Fensterunterleger, diese Fensterkeile. Unter anderem, ich habe Laminat unter anderem noch gehabt, dann haben wir das Ganze kombiniert. Und haben dann im Prinzip eine entsprechende Auflage geschaffen, dass das Becken, ich sage es mal, zu 99 Prozent in der Waage steht. Da aber keine höhenverstellbare Füße genommen haben, weil ich das nicht wollte. Weil das hätte ich auch noch weiter verkleiden müssen und das Becken wäre noch höher gekommen. Und ich hätte hier auch wieder Innenraumhöhe verloren. Ich wollte so viel Innenraumhöhe wie möglich haben, aber auch natürlich so wenig wie möglich die Problematik, dass das hier zu hoch gebaut wird. bei einer, wenn ich jetzt die, um das noch kurz weiter zu erklären, wenn ich jetzt die Füße genommen hätte, dann hätte ich auch unten mehr Querstreben reinbauen lassen müssen, weil ich nämlich darauf erst meinen Boden hätte legen können, weil das ist alles miteinander verbunden. Ich kann nochmal zum entsprechenden Aufbau zurückschwenken hier, wo ich angefangen habe, den Schrank auszubauen. Und da seht ihr im Prinzip, dass ich unten ebenerdig eine Platte mit reingesetzt habe. Diese Platte ist mit anderen Abstandshaltern zum Boden unterfüttert und dann rundherum verschraubt worden von außen. Das hätte ich alles nicht machen können. Dann wäre die Platte zu hoch gekommen, weil dieses Profil ja auch eine gewisse Dicke hat und, und, und. Also es sind viele Faktoren, die da reingespielt haben, warum ich das Ganze ohne Füße gewählt habe. Und es ist natürlich jetzt auch im Endeffekt eine cleanere Optik. Es kann nichts drunter rutschen. Das, was drunter ist, bleibt drunter, aber es kommt nichts drunter. Also Thema durch. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ja, und irgendwann gegen Mittag, ich glaube 14 Uhr war es so, oder kurz nach 14 Uhr, kam dann der Chris vorbei. Da habe ich auch leider keine Aufnahmen von gemacht. Wie gesagt, es war einfach nur, ja. Zu viel Stress, zu viele Leute hier. Das ist auch noch eine Sache. Zum Tragen, herzlichen Dank, dass alle da waren. Sowieso ein ganz großes Dankeschön an den Sven, der von Anfang an jetzt hier war. Marvin ist im Nachhinein gekommen. Aber ganz ehrlich gesagt, um so ein Ding abzubauen und wieder aufzubauen, reichen in der Regel zwei Mann. Das könnt ihr euch schon mal so im Hinterkopf behalten. Weil der eine kann so ein kleines bisschen aufräumen, beziehungsweise Handreichung machen. Aber wenn da noch ein Dritter in der Gegend rumsteht, das hat der Marvin leider Gottes auch gemerkt. Ja, und nun, was soll ich tun? Ich konnte ihn tatsächlich nicht beschäftigen. Aber okay. Wir haben dann tatsächlich die Manpower zu dem Zeitpunkt, als das alte Becken hier rausgeholt wurde, gebraucht. Weil der Reefer selber ist unheimlich schwer. Ich glaube, der liegt um die 200 Kilo oder 250 Kilo. Das Glasbecken an sich ist wirklich piepschwer. Wir haben es gut in den Anhänger von ihm reingekriegt. Er hat es gut verstaut. Es ist alles sauber gedämmt worden, dass nichts passiert. Das Becken ist auch tatsächlich bei ihm dann zu Hause gut angekommen. Von hier aus nochmal ein herzliches Beileid für die Trageaktion, die du zu Hause machen musstest. Er musste damit nämlich in den dritten Stock. Aber wenn ich es finde, blende ich euch auch nochmal kurz ein, das Bild, das Becken steht und er fängt jetzt langsam aber sicher einzurichten. Er hat den Luxus gehabt, dass das Becken auf eine andere Position konnte. Sprich, sein altes Becken steht daneben und er kann jetzt ganz in Ruhe alles einrichten. Im Gegensatz zu dieser Aktion hier. Ja, nachdem er dann, das Becken dann raus war, konnten wir dann auch tatsächlich anfangen zu fluten. Und ich habe tatsächlich eine Drei-Sekunden-Sequenz hier, dass das Wasser anfängt zu laufen. Und das war es dann auch schon. Wir haben das Wasser erstmal aus dem großen Hauptbehälter, den 300 Liter, den ich da stehen hatte, rübergepumpt, damit wir die Korallen jetzt erstmal, die in dem Übergangsbecken hier drinnen standen, denen das Wasser noch so lange wie möglich ließen. Und dann haben wir angefangen, langsam aber sicher den Aufbau zu machen. Ja, und selbst davon habe ich auch nicht wirklich Bilder gemacht. Ich muss nochmal gucken, ob ich irgendwas auf Insta finde, aber ich glaube, ich war da echt schlampig. Tut mir wirklich leid, aber ich hatte tatsächlich andere Dinge im Kopf. Weil einerseits das Acrylbecken hier, das war ja noch zu dem Zeitpunkt eingepackt. Aber andererseits, ja, ich hatte tatsächlich echt im Kopf, was passiert, wenn ich da jetzt irgendwelche Kratzer reinmache und habe tatsächlich in dem Moment nicht an euch gedacht. Aber zum Abend hin sind wir dann tatsächlich soweit gewesen, dass wir die Technik am Laufen hatten. Und da gab es auch noch eine kleine Problematik mit der Verrohrung. Und das ist genau das, was ich dann in dem Moment, ja, ich sage mal ganz bescheiden finde oder fand. Das Problem war einfach, ich musste die letzte Verklebung tatsächlich erst hier drin vor Ort machen, weil wir mussten den Schrank reinheben, den haben wir hier vorne hingestellt. Dann kam das Technikbecken rein. Dann haben wir das Ganze auf Position gehoben. Dann haben wir das andere Becken draufgesetzt. Und dann konnte ich erst die Verschraubung drauf machen. So, und da die Verschraubung dementsprechend verklebt wurde, beziehungsweise mit den Rohren unten verklebt wurde, ist da tatsächlich ein Fehler entstanden. Und ich blende euch auch nochmal separat ein, wie es jetzt tatsächlich ist. Und ich habe da im Vorfeld auch, ich sage mal, einigermaßen bescheiden geplant. Das ist einmal der Fall. Die Verrohrung ist mir zu hoch geraten und das untereinander hat nicht ganz funktioniert. Fakt ist aber auch, dass die Verklebung von der Druckleitung nicht hundertprozentig war. Und da lag im Endeffekt der Fehler. Wir haben links und rechts die Abläufe, also den normalen Ablauf und den Notüberlauf, haben wir die Verschraubung nach unten gemacht, so wie sich das gehört. Und beim Druckanschluss musste man tatsächlich das Ganze umdrehen, also sprich dann das Gummi auf die andere Seite legen. Problem an der ganzen Sache war, wie gesagt, dass die Verklebung nicht hundertprozentig war. Die Verschraubung und alles andere war dicht, also da kam nichts dran. Aber an der Verklebung hat was nicht gestimmt. Als wir Druck drauf gegeben haben, kam dann aus, da sind so Führungslöcher gewesen, aus den Löchern Wasser raus. Und ja, wir haben anderthalb Stunden gebraucht, das Ganze rauszufinden, wie wir es am besten hinkriegen. Und tatsächlich nochmal reinzugucken. Wir haben mehr oder weniger tatsächlich fast als letztes an die Verklebung gedacht. Und da haben wir gesagt, okay, komm, raus mit dem Tangit. Wir kümmern uns erstmal weiter um die Korallen. Haben das tatsächlich dann nochmal sauber verklebt, sind hingegangen, haben diese Löcher dann zugeschmiert mit Tangit und bis unten durchgestochen. Innen nochmal eine Verklebung zusätzlich gemacht, das Ganze zwei Stunden liegen lassen. Und in diesen zwei Stunden haben wir dann den Riffaufbau gemacht und geschaut, dass die Korallen dann rübergekommen sind. Ja, nach den zwei Stunden kam dann die, ich sag mal die Ernüchterung, oder beziehungsweise nicht die Ernüchterung, wir haben die entsprechenden Geräte wieder eingebaut, also sprich den Druckzulauf. Und haben das Ganze dann erstmal mit Wasser befüllt da hinten. Jo, passt. So, dann sind wir hingegangen, haben Wasser von oben runter ins Technikbecken, damit wir eine Rückförderung machen konnten. Und da ist es dann auch so gewesen, dass dann tatsächlich diese Verklebung dicht ist und bis zum heutigen Zeitpunkt auch dicht bleibt. Ja, das war ein Kampf schlechthin. Ja, dann sind wir dann anschließend hingegangen und haben hier die Stratoren jetzt erstmal an die Decke gebracht. Ihr seht, da oben ist noch eine, ich sag mal provisorische Montagehilfe, die ich jetzt vorübergehend hier an der Decke habe. Ich habe auch noch einiges an Löchern, die definitiv noch geschlossen werden müssen. Die muss ich noch zuspachteln und hübsch machen. Aber das kann ich erst tatsächlich machen, wenn die Montageschiene, die hier oben draufkommt, dann nur noch, ja, damit ich dann nur noch zwei Seilaufhängungen habe und keine sechs. Es ist ein kleines bisschen lästig, wenn ich jetzt, ich sag mal, ans Becken muss. Du musst dann das Seil hoch, das Seil hoch. Da muss man eine gewisse Reihenfolge einhalten, weil das mit den Kabeln oben drauf ist. So würde man hingehen und eine Seite hochziehen, die nächste Seite hochziehen, fertig, Thema durch. Ja, und alles in allem, nachdem dann das Becken dicht war und tatsächlich der Umlauf ans Laufen gekommen ist. Also Sven ist so lange geblieben, bis der Cycle dann lief. Und dann habe ich dann gesagt, okay, vielen herzlichen Dank. Und er hatte, glaube ich, an dem Abend auch noch was vorgehabt. Er hatte auch nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert oder dass wir halt da Probleme kriegen. Dann habe ich dann angefangen, die Technik weiter einzurichten. Und da kommen wir jetzt zu. Ja, bei der Technik habe ich mir ja vorgenommen, das Ganze hübsch zu machen, ordentlich zu machen, übersichtlich etc. pp. Wie man es dann hier und da dann auch schon mal im Netz gesehen hat. Und wir wissen alle, ich glaube, Patrick von Patrick's Reef hat neulich auch mal einen Aufruf gemacht, hier von wegen, zeigt her euer Kabelmanagement etc. pp. Ja, Fakt ist, ich wollte es hübsch haben. Das war ein Grund dafür, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme eine Technikbox. Das war der Grund dafür, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme Geld in die Hand und kaufe mir die Verrohrung von Royal Exclusive. Und das war unter anderem dann auch der Grund, warum ich, warum erzähle ich eigentlich so viel hier? Ich mache erst mal auf. So, und jetzt seht ihr, warum ich gesessen habe, weil das Becken im Vergleich ist, geht mir tatsächlich nur bis hier. Ich knie mich gleich wieder hin, damit ihr mehr seht. Ich bringe erst mal die Sachen auf Seite. Und ihr seht, es hat sich schon wieder was verändert. Da komme ich dann gleich zu. So, ich setze mich mal hier rüber. Gucken, ob man mich sieht. Ja. Und blende mal ein. Wir haben jetzt hier die Easybox 100 von Aquabicove. Maße natürlich 1 Meter. 48 nach hinten. Und blende ich euch noch ein. Die genauen Maße, die Höhe, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Da gehen so Pi mal Daumen jetzt in diesem Betriebsmodus, so wie ich sie habe, knappe 130 Liter rein. Das sind also 130 Liter Filtersumpf. Genaueres Video dazu wird auch in den nächsten Tagen, wahrscheinlich nächste Woche kommen. Da stelle ich das Gerät mal genau vor. Und damit ihr auch seht, was alles damit möglich ist. Ja. Abschäumer. Da hinten ist die UVC. Hier ist meine, meine schön aufgegliederter Technikbereich für die ganzen Controller etc. PP. Ihr seht, da ist noch ein bisschen Platz. Mal gucken, was wir damit machen. Und das habe ich jetzt im Nachhinein so nach und nach dann aufgebaut. Ich werde dann heute noch ein auf zwei Geräte installieren. Salinity Guardian wird noch installiert. TDS Meter und und und. Ich nehme euch dann gleich auch mal mit. Hier hinter, schön versteckt, sitzt mein Osmosebecken. 80 Liter Inhalt. Wird über den Levelkeeper, dementsprechend über eine kleine 12 Volt Pumpe, hier hinten reingepumpt. Hinten ins Rückförderbecken. Ja. Der KH-Keeper macht sein Ding. Kann ich mich nicht genug beschweren. Für die Dosiereinrichtungen haben wir hier hinten, könnt ihr nicht genau sehen, mache ich euch auch noch ein separates Bild von, haben wir entsprechende Einläufe, die man dementsprechend benutzen kann. Also entweder man benutzt diese festen Schläuche von von Kove, die mitgegeben wurden, also sprich die Osmose-Schläuche. Ich bin hingegangen und habe die als Adapter genommen. Blende ich euch auch noch ein kurzes Bild ein. Geht ganz easy. Leicht schräg anschneiden, Schlauch drüber machen, kann man wunderbar dann hinten reinstecken und anschließend benutzen. Ja, der Abschäumer selber ist auch, da hatte ich auch eine Kleinigkeit gehabt. Dadurch, dass ich den ja draußen stehen habe lassen, eine gewisse Zeit, der ist ja nicht im Übergangsbecken gelaufen, hat sich unten an der Düse eine Salzkruste gebildet. Und der hat tatsächlich nicht richtig gearbeitet. Ich musste die Düse sowieso tauschen. Die habe ich hier. Genau. Das ist die alte Düse. Und ich habe jetzt hier unten eine neue Düse drauf, noch zusätzlich für Ozon. Das habe ich da oben installiert. Blende ich euch auch nochmal separat ein. Als Auto-Einzug. Das heißt, die zieht sich das Ozon selbstständig rüber. Und da braucht man jetzt auch keine extra Pumpe. Wo ich unheimlich stolz drauf bin hier, ist, dass ich diese zwei Bypasse habe. Die kosten mich nämlich da auch wieder weniger Strom. Vorher hatte ich für jeden Bypass, beziehungsweise den ich genutzt habe, einmal für die UVC und einmal für den Wirbelbettfilter, der übrigens gleich noch gewechselt wird. Der Thomas kommt nachher und bringt mir meinen neuen Wirbelbettfilter. Mal gucken, ob wir das mit einarbeiten. Brauche ich weniger Pumpen durch diese Bypasse. Eine gute Rückförderpumpe, die im Prinzip das Gesamtsystem versorgt und schon haben wir zwei Pumpen weniger, die darin laufen müssen. Was jetzt hier im Moment noch nicht installiert ist, werde ich noch machen wahrscheinlich, ist tatsächlich eine kleine Strömungspumpe reinzusetzen, die mir hier alles verwirbelt, damit der Abschäumer alles schön brav aufnehmen kann. Das funktioniert natürlich nur in dieser einen Kammer, weil hier in der Kammer ist nichts zum Aufnehmen und da hinten haben wir dann dementsprechend auch die Rückförderung drin. Ja, was haben wir noch? Wir haben auf der rechten Seite den Strom liegen. Wie ihr seht, habe ich noch nicht alles belegt. Ich bin noch nicht hundertprozentig, ich habe das erstmal vorübergehend provisorisch gemacht. Provisorisch sieht es aber schon ganz gut aus. Ich kann aber jetzt vorne an den Schaltern halt noch keine Pumpen ausstellen oder sonst irgendwas. Das muss ich noch neu verlegen. Blende ich euch auch mal eben kurz ein Bild ein, wie es da drüben ausschaut. Ich denke, das ist mir auch sehr, sehr gut gelungen. Also diese grauen Kabelschächte, die man an der Seite einknicken kann, sind eine richtig gute Variante, weil man da im Prinzip alles reinpacken kann. Das sind glaube ich 70 an 50 haben die die Maße. Da kann man den Kabel schön in Schlaufen reinlegen und somit ist das alles verschwunden. Wenn man im Vorfeld einigermaßen plant oder das Ganze so macht, wie ich das gemacht habe, sieht es dann auch anschließend recht ordentlich aus. Wenn man dann mal wieder an eine Pumpe dran muss oder an ein Kabel dran muss, kommt man eigentlich relativ gut dran, weil diese Schlaufen, man hat es ja nicht mit Kabelbindern zusammengepackt. Ich habe jetzt vielleicht hier auf der Rückseite habe ich ein bisschen mit Kabelbindern gearbeitet, weil es nicht anders geht, weil hier an der Seite blende ich euch auch nochmal eben hier da laufen im Prinzip die ganzen Kabel hinter der Wand in meinen Technikbereich rein, die alle von hier hinten kommen und von daher ja, irgendwo muss man damit arbeiten, aber das da hinten ist mir schon ziemlich gut gelungen. Das Einzige, was da hinten noch tatsächlich fehlt, ist die Abdeckung und die kriegen wir später. Ja, ihr seht, alles in allem sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus. Es sind eigentlich noch Kleinigkeiten, die ich zu machen habe, die noch gemacht werden müssen. Zu der Verrohrung blende ich euch jetzt auch nochmal separat ein. Ich habe hier einmal diesen wunderschönen Stellhahn von Royal Exclusive. Der ist definitiv sehr, sehr geil. Also Kugelhahn ist dagegen ein, ja, ich sage es jetzt nicht, Scheißdreck, äh, doch. Da lässt sich so wunderbar mit einstellen, der Wasserstand, wenn man eine Pumpe hat, die natürlich konstant läuft. Das macht momentan meine DC Runner hier noch, also die läuft schön stabil im Moment. Grundsätzlich ist es so, nachdem dann jetzt zwei Pumpen weggefallen sind für die Förderung beziehungsweise dann auch fürs Wirbeln etc. Ähm, ist dieses Becken hier akustisch so dermaßen leise geworden, dass ich dann im Endeffekt sagen muss, verdammt, jetzt höre ich meine DC Runner. Ähm, aber auch nur konsequent. Also das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also das, was ich von der höre, beziehungsweise von meinen beiden Pumpen, die übrigens auch noch, ähm, wie ihr seht, noch eine Reinigung äh, bedürfen. Das habe ich nämlich auch noch nicht geschafft. Ähm, das sind so die einzigen beiden, wo ich jetzt sage, okay, ich höre ein leichtes Summen. Ein leichtes. Aber ansonsten ist dieses Becken hier so dermaßen leise. Und, ähm, ja. Es gibt noch ein paar Baustellen. Ähm, ihr habt sie wahrscheinlich gesehen. Einmal ist es das hier. Das ist, äh, meine Magnethalterung und äußerst gefährlich. Das gleiche Spiel haben wir da drüben. Da ist es aber nicht ganz so schlimm. Hier kommt noch ein entsprechender Magnet hin, dass ich dann, äh, mir hier nicht den Kopf abreiße. Hier unten die Schrauben, die seht ihr, sind teilweise nicht ganz so gerade drin, wie sie sein sollten. Falsch. Die sind genau so drin, wie sie sein sollten. Aus dem einfachen Grund, ähm, dahinter greifen, Aufhängungen, die dann dafür sorgen, dass das, äh, dass die entsprechende, äh, Platte unten nicht weggeht. Da werde ich aber noch die Köpfe abmachen, werde das vielleicht noch, ähm, dementsprechend ummanteln. Da irgendwas drüber schieben oder so, irgendein Kondom oder weiß ich noch nicht. Es sieht auf jeden Fall nicht ganz so toll aus. Da muss noch was dran geändert werden. Ja, und last but not least, ähm, natürlich noch auf der Kopfseite die entsprechende Platte. Das dauert noch ein kleines bisschen. Die lasse ich mir zuschneiden, dass die auch hundertprozentig passt. Und, dann ist dieses Becken hier eigentlich, ja, startklar. Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Salinity Guardian, äh, TDS Meter. Und, ähm, beim Osmosebecken habe ich übrigens einen kleinen Trick. äh, angewandt, weil der Wasserstand vom Osmosebecken ja teilweise höher ist, als wie der Wasserstand hier. Ihr wisst, dass dann dementsprechend, ähm, die Problematik auftreten kann, dass das Wasser einfach so lange weiter rüberläuft, bis es dann, ähm, ja, bis es dann zu viel ist. Erste Sicherheitseinrichtung, blende ich euch auch mit ein, habe ich sowieso da hinten. Da gibt es serienmäßig in diesen Becken einen, äh, einen Nachfüllstoff, beziehungsweise einen Sicherheitsschwimmer. Dann habe ich ja sowieso im, ähm, Osmosebecken hinten einen Sicherheitsschwimmer, der von unten her die Befüllung, äh, überwacht, im Prinzip. Ich kann also abends, wenn, wenn das Becken leer sein sollte, kann ich hingehen, Osmoseanlage anschalten, laufen lassen. und, ähm, und, ähm, der Sicherheitsschwimmer sorgt dann dafür, dass dann das Becken nicht überläuft. Baut sich ein Druck auf, unten baut sich dann, äh, von 4 auf 5 Bar ein höherer Druck auf und, ähm, schaltet dann meine Osmoseanlage da unten ab. Ja, und der Überlauf, den ich hinten gemacht habe, ich habe einfach noch ein kleines T-Stück reingemacht, den Ausgang etwas kleiner gemacht, sehr viel kleiner, ähm, damit auch drüben ein bisschen Wasser ankommt und sobald die Pumpe läuft, spritzt da Wasser raus, aber gleichzeitig, wenn die Pumpe auch ausgeht, wird da wieder Luft gezogen. Das heißt, das System wird entlüftet und, ähm, ich habe kein Problem damit, dass hier zu viel Wasser reinläuft. Dann musste ich mir ja noch für meinen Levelkeeper neue Aufhängungen basteln, das blende ich euch auch nochmal eben kurz ein. Da bin ich hingegangen und habe eine einfache Plexiglasscheibe genommen, habe Löcher reingemacht, an der Stelle, wo, ähm, die entsprechenden Aufhängungsschrauben von dem, äh, von den Sensorenhaltern waren, habe die dann dementsprechend eingehangen, Sensorenhalter oben gekappt und das Ganze mit, äh, zwei Magneten da hinten befestigt. Natürlich überprüft, dass diese Magneten die Schalter an sich nicht beeinflussen. Das ist ganz wichtig, weil das sind ja unten auch Magnetschalter, die, äh, wo drüber gearbeitet wird und dem, ähm, der Magnet, den ich da unten eingesetzt habe, das sind so Tunse-Magneten, die kann man nachkaufen, die habe ich einfach gegeneinander gesetzt, einer innen, einer außen, im Trockenbereich, also die sind nicht im Wasser und somit kein Problem. Aber ich habe da hinten meine, äh, Sensoren dementsprechend drin, die sitzen schön in der Ecke, können nicht runterrutschen, können nicht verschieben, weil die halt an der Wand sitzen und das passt dann eben. Ja, für weitere Sonden haben wir hier im Hauptbecken noch die Aufnahme, das werde ich dann auch noch, ähm, in Angriff nehmen, da, wie gesagt, den Salinity Guardian reinzuhängen. Ähm, pH-Sonde könnte ich da noch reinbringen, wenn ich das möchte, ähm, brauche ich allerdings jetzt tatsächlich nicht, weil ich ja durch den, ähm, ähm, KH-Keeper bei jeder Messung eine entsprechende, ähm, ja, pH-Anzeige bekomme und das passt soweit auch. Zum Verbrauch allgemein von diesem Becken hier, ähm, das hat erstmal so weitergemacht. Dann bin ich hingegangen, hab das Licht ein kleines bisschen runtergeregelt, ähm, hab ich jetzt die letzten zwei Tage gemerkt, ähm, da ist der Verbrauch etwas zurückgegangen. Ich bin etwas höher gegangen mit dem Licht jetzt wieder. Ich gehe mal davon aus, dass dann heute, ähm, tatsächlich die, äh, der Verbrauch wieder ein kleines bisschen anzieht. Und es ist so gekommen, wie ich es im Endeffekt, ähm, auch gesagt habe. Ich habe jetzt hier zwar drei Lampen drüber hängen, aber mein Gesamtstromverbrauch liegt im Moment bei 210, ähm, Watt. Mehr brauche ich nicht, um jetzt hier die entsprechende gleiche Beleuchtungsjarke herzustellen. Hier auf der Seite durch die Euphilias fahre ich ein anderes Programm. Hier auf der Seite, äh, ist die Lichtstärke auf 35 Prozent reduziert. Äh, im rechten Bereich fahre ich mit, äh, 45 Prozent Last. Und, äh, hier ist das LPS-Programm und da hinten, äh, fahre ich LPS-SPS. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich kann mich nicht genug beschweren. Das Becken und der Umzug ist äußerst gut gelaufen. Ich muss mal jetzt schauen, was jetzt tatsächlich im Endeffekt, äh, mit dem Boden passiert. Ich hab schon mal ein bisschen den Boden, ähm, geputzt hier und da. Es fangen auch Ablagerungen an, äh, die ich mir hier und da noch absaugen muss. Da hinten ist noch eine große Stelle, wo sich noch Dreck gesammelt hat. Das hab ich noch nicht alles abgesaugt. Ja, aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht genug beschweren. Dieses Becken ist einfach nur geil. Das hat auch alles sehr, sehr gut funktioniert und ich muss mich auch hier, wie gesagt, noch mal ganz, ganz dick an New Wave, äh, wenden und bedanken in, äh, der allerbesten Form. Äh, Florian, du bist übrigens herzlichst eingeladen, wenn du dann, äh, wieder im Lande bist, hier mal vorbeizukommen auf einen Kaffee und dir das anzuschauen, was ich hier verbrochen habe. Es ist nicht selbstverständlich gewesen, dass ihr das Ganze, ähm, vorgezogen habt und möglich gemacht habt, dass ich das Becken relativ zügig gekriegt hab. Äh, Hintergrund der ganzen Sache, warum ich da drauf, äh, gepocht habe, beziehungsweise versucht habe, das Becken früher zu bekommen, ich fahre in vier Wochen im Urlaub. Und bis dahin muss die gesamte Technik hier, äh, fehlerfrei funktionieren und das Becken muss sich von der Biologie hier stabilisiert haben. Ja, ich denke mal, wir lassen es für heute gut sein mit diesen Eindrücken. Ich werde in den nächsten Tagen, ähm, mich da dran geben und die Technik, so wie ich sie hier verbaut habe, detaillierter aufzunehmen, mehr auf die Technik einzugehen und euch zu zeigen, gerade auch hier unten die Box. Wie gesagt, das ist das nächste Video, was definitiv kommen wird. wird wahrscheinlich nächste Woche rauskommen. Äh, wie die Box aussieht, Detailaufnahmen, äh, Funktionen, etc. pp. Wie ich sie jetzt hier definitiv integriert habe und betreibe, was ich für Möglichkeiten habe, da kommt dann, äh, dementsprechend auch ein entsprechendes Video raus. Äh, dementsprechend, ja, ist klar. Ähm, ja, aber ihr seht, alles in allem, ja, das Becken steht gut, die Korallen stehen gut, der Verbrauch ist da, äh, ich kann mich also nicht genug beschweren, Licht, äh, sowieso nicht, äh, da auch nochmal dickes, äh, Dankeschön an das Entwicklungsteam der Firma ATI, die diese Lampe möglich gemacht haben. Also Fakt ist, ich fahre jetzt dieses Becken hier, lichttechnisch, mit 210 Watt, habe ich eben schon mal gesagt, glaube ich, ähm, ja, weiß ich, und es ist so viel Licht, als wenn ich da jetzt eine dicke, fette Hybrid drüber hätte. Also, das ist schon echt Wahnsinn. Da, da muss ich sagen, Chapeau, ähm, da habt ihr wirklich was richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt. Ja, in diesem Sinne, ich fliege nochmal durchs Aquarium mit euch und, äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Es werden definitiv weitere Videos vom Shallow kommen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Mike. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.